Ich habe neulich aus meinem Fenster geguckt und in dem gegenüberliegenden Zimmer ein Mädchen gesehen. Die war so hübsch. Haha, du Spanner. Nein, nein, nein. Mehr so. Sie saß da, sie hat gelesen, völlig still und hat mich einfach fasziniert. Und sie war wirklich atemberaubend schön. Also morgen in der Vorlesung über Rechtsphilosophie, da sitzt auch einer, die ist hübsch. Das ist meinst, oder? Ja, das ist deinst. Und was machen wir jetzt? Wir holen jetzt einen Donut. Ey, warte mal, guck mal, guck mal. Die Verkäuferin, die sieht total aus wie die in unserem Wirtschaftsbuch. Du meinst, das Blaue? Ja. Die Zeichen. Na, finde ich gar nicht. Doch, total. Die sieht, nein. Die sieht total anders aus. Nein, das tut sie nicht. Ich finde, die sieht ganz anders aus. Aber ist auch egal, lass einfach gehen. Nein, das ist nicht egal. Wie kannst du denn den Zusammenhang nicht sehen? Du bist total komisch. Du bist komisch. Nicht überall da, wo ein Zusammenhang scheint, ist auch einer. Hey, Bernd, was ist los? Wir wollten noch in die Bibliothek. Ah, stimmt. Das habe ich total vergessen. Aufkommen. Hey, Mann, ich habe total vergessen. Wir müssen noch diese Projektseite machen. Wir sehen uns morgen, Nathaniel. Okay? Dann mach's gut. Ja. Ja. Wir sehen uns morgen, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Okay.